Am Rande der Komoransiedlung, eine Ecke, haben die Reier für sich in Beschlag genommen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. So dicht an den Komoranern vertragen sie ja ganz gut. Da drüben sind die Komorane, die schwarzen, und hier sind Silbergraureier. Alles dicht an dicht. Ich weiß gar nicht, dass die Graureier auch so hoch brüten. Ja, was nicht alles gibt. Das ist eine Silberreihe, der da oben. Hier brütet ja wohl alles. Das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Ich habe noch gar keine Reiersiedlung überhaupt gesehen. Da vermehren sich gerade zwei. Dröhren Armen Frau Wynne Frau Wynne Frau Wynne Frau Wynne Frau Wynne Frau Wynne Komoransiedlung in Niederhof bei Stralsund und man merkt es stinkt hier ganz schön nach Fisch nach verfault. Das ist eine ganz schön große Siedlung. Vorne kann man noch ein paar sehen. Da in dem Loch hinten waren auch mal Bäume die schon abgestorben sind. Da wo Komorane brüten, sterben die Bäume ab. Komoranscheiße muss ganz schön scharf sein. Dann rutschen sie immer wieder auf die nächsten Bäume, die noch lebig sind. Manche Haufen gehen direkt mittendurch bis hinten zum Wasser. Komorane ernähren sich hauptsächlich von Fisch. Sehr gute Taucher. Hauptsächlich nähern sich eigentlich nur von Fisch. Das geht hier immer noch weiter mit den Nestern. Das ist ein ganz schön riesen Teil. Da hinten einmal um dieses Loch. Solche Siedlung gibt es hier an der Bottenregion in Mecklenburg-Vorpommern eigentlich ziemlich viele. Einmal geht eine Wanderfahrt hier einmal rum. Um dieses Bootplatz von den Komoranen. Und seitdem man gibt es hier auch noch quer. Da sind Fragen, wenn man jemandem auf der TTK-Vorpommern ausdrücklich hat. Und da haben jetzt immer wieder zusammenaras Lam青 Schmidt-Vorpommern. Hier ist ein ganz schönes Motorrad. Da sind Sie in der Nacht.